Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar ARK Survival Evolve zusammen mit German Let's Play. Hallo, ich bin's. Du wunderschöner Typ. Du siehst so geil aus. Auch kommen meine Arme. Meine Damen und Herren, dieses Projekt gibt es ab sofort täglich, so wie ihr es kennt, immer abwechselnd auf den Kanälen von German Let's Play und mir. Das bedeutet, die erste Folge kommt bei uns beiden, die zweite bei German Let's Play, die dritte dann wieder bei mir und so weiter. Deshalb abonniert, um keine Folgen mehr zu verpassen, einfach beide Kanäle und aktiviert die absolut geile Geilo-Glocke. Minjil! Komm mal. Ich will ihn reiten. Mann, ich geh drauf. Ja, geh drauf. Also ich weiß, dass das irgendwann geht, aber das machen wir dann wohl später. Du kannst ja mal I drücken. Mach mal. Okay. Da sehen wir jetzt nämlich unsere Stats. Ich werde jetzt mal auf Gesundheit skillen. Ja, ich auch. Damit wir mehr aushalten. Oh, 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 warte, warte, wir müssen eine Sache machen. Oh Gott. Hilfe. Meine Damen und Herren, diese Welt dreht sich um Dinos. Hier kann man Häuser bauen. Was hier? Hat der Dino... Oh. Oh, ja. Du hast... Kleiner Kotthaufen. Ich hab ihn, warte, ich ess ihn. Nein, gib ihn mir. Ja. Hä? Hä? Entfernen, kleiner Kott... Da ist noch einer. Ich hab ihn weggebrochen. Ja, ich hab auch einen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Genau, man kann die verschiedensten Sachen craften und Leute, freut euch drauf. Also, täglich, wie gesagt, gibt es die neuen Folgen und ich bin echt pumped. Wir werden uns noch nicht zu sehr spoilern. Schreibt schon mal Tipps und Tricks unten in die Kommentare, aber wir wollen das Spiel erstmal ein bisschen selber entdecken. Vielleicht auch den ein oder anderen Fehler machen, aber schreibt unbedingt Tipps und Tricks schon mal unten in die Kommentare. Und, ja, ich würd sagen, wir legen los. Und, Mendel, wir müssen in den gleichen Stamm. Okay, ich akzeptiere und bin im Stamm. Ja. Ja. Jetzt sind wir Freunde fürs Leben. Oh, ist der riesig. Wie groß ist das denn? Mittelgroßer Kotthaufen. Ey, das verkaufe ich. Aber guck dir den an. Hi. Ja, warte, ich bewerf ihn. Man kann die doch auch... Nein. Man kann die irgendwie zähmen. Aber das sollten wir mitnehmen, das ist doch Dünger. Stimmt. Oh, ja, stimmt. Das ist wichtig. Ja, die nehmen wir nachher auch mit. Aber... Du musst doch erst mal I drücken und gucken, dass wir irgendwas lernen. Also, ich würde gerne eine Steinspitze machen. Ah, du meinst V. Dazu muss man V drücken. Ich lerne jetzt erst mal das Lagerfeuer und die Steinaxt. Ah, hier. Genau. Okay, dann lerne ich den Speer. Zack. Und... Oh, hier auch Stofffäden. Warte, ich fang an. Sag mal, hier ist ja alles voller Scheiße. Stoff, Wasserschlauch. Gut, um dich hydriert zu halten, verliert aber langsam das Wasser. Ah, gucken wir mal. Ja, dafür brauchen wir wahrscheinlich Fell oder so. Oh, ich helf dir. Ja, mach das. Der ist gelb. Ja, ich hab dich geschlagen. Ich hab dich... Au, du hast mich gerade geschlagen. Ja, du mich auch wieder. Können wir jetzt schon was machen? Ja, nimm das. Gerade. Ich sammle mal ein paar Sachen hier. Ich versuche, dass ich irgendwas mitnehme. Ja, du blöder Baum. Und ich sammle auch ein paar Steine. Doch. Denn man kann hier wirklich viele verschiedene Sachen einsammeln. Unter anderem auch, wenn man ein bisschen weiter nach hier vorne geht. Auch ein paar Bären. Das, genau. Asylbäre, Ammerbäre. Und, ah, hier gibt's die Fasern. Wo denn? Wo gibt's die? Ah, an so einem Faserbaum. Bist du denn? Ach, da. So. Das werde ich mal kraften. Zack. Und da unten sieht man das jetzt. Das läuft durch. Ach, ich nehm's... Ich mach's kaputt. Was machst du da? Ich hab' einmal zugeschlagen. Ja, das ist echt krass. Wir sollten uns aber ein bisschen nicht zu nah auffalten, weil es gibt auch böse Kreaturen. Oh, meins? Ja, nimm mit. Warte, ich mach' noch was. Ein kleiner Gott, das ist so dumm. Das ist einfach das perfekte Spiel für uns. Das wir gerade Kacke aufheben. So, was brauch' ich denn für den Speer? Feuerstein und Holz. Ja, ich hab' ne Axt. Ich kann nen Baum holen. Was denn? Nee, ich brauch' Feuerstein. Ja, die bekommst du, wenn du nen Stein abbaust. Ah, okay. Die ist heiß. Du solltest dich bald auf einen kühleren... Oh, okay. Oh. Hier vorne ist ein Stein. Soll ich mal ne Wohnung bauen? Lass mal irgendwie ne Bude bauen. Hi, wie bist du denn? Du hast aber nen süßen Mund. Willst du mich küssen? Oh. Welches Level hat er? Jetzt geht er einfach weg. Level 49. Oh. Oh nein. Es fängt an zu regnen. Sammle deinen Kot auf und renn. Ja, ich hab' meinen Kot. Ich mach' den Feuerstein. Ja. Stein, Feuerstein. Ja, sehr gut. Ja. Und dann hau' ich nochmal hier. Und das komplett abbauen? Ey, lass uns wirklich ein Haus bauen. Wie geht's? Ja, ja, aber wie? Wie? Warte mal. Dann guck' ich mal eben. Ich stell' mich hier mal kurz unter, was es geht. Nee, übel nicht. Ich stelle mich zu dir. Hier. Also erstmal müssen wir ja unsere Gesundheit hochmachen, würde ich sagen. Okay. Fundament aus Stroh können wir bauen. Ah, hier. Weil wir Level 4 sind. Strohwand, Strohtür. Genau. Genau. Ah. Ich kann, ich kann das jetzt bestimmt craften. Ja. Stroh fehlt mir. Hast du ein bisschen Stroh für mich? Äh, warte gleich. Ich crafte erstmal ganz schnell ein Speer. Damit wir stärker sind. Und vielleicht sogar unseren ersten Dino erleben. Meinst du, das schaffen wir? Ja, klar. Oh, der Regen, der ist aber ziemlich krass. Ich helfe dir. Au! Hä? Was denn? Du hast mich gerade geschlagen. Viel geschlagen. Ja, tut mir leid. Das ist ein Unfall. Ich unter den Baum. Beides. Ah. Ich helfe dich. Einmal herstellen. Ich hab's. Ja. Warte. Ey, das wird so geil. Was hast du denn davon gelernt? Äh, das erste nur. Hier. Warte, was? Zack. Oh, okay. Das wird traurig. 21 Punkte. Warte. Hier. Hast du auch das Dach gebaut? Nee. Schau mal was ich habe. Nee. Ich hab Boden. Ja, mach das. Und ne Kiste. Ja, perfekt. Kiste. Okay, ich lerne die Tür. Ja. Und ne Lederschlafsack. Ja, das hört sich beides sehr, sehr gut an. Dann werde ich jetzt gleich die anderen Sachen craften. Und zwar die Kiste. Dafür fehlt mir noch ein bisschen Holz. Das kann ich holen. Ich mach erstmal das Dach. Ey, wir brauchen ein Dach. Ja, auf jeden Fall. Dach wird gecraftet. Deine Brauch ich für Lagerfeuer. Warte, das ist sehr wichtig. Ja. Ich mach dich ganz kurz ein Ticken lauter. Weil der Regen ist krass. Das stimmt. Der ist echt krass. Reicht das? Ich setze nochmal einen Punkt im Ding jetzt. Oh, krass. Ah ja, Gesundheit. Genau. Oh, wieder aus Neus. Doppel, Holzschild, schräges Dach. Ja, das können wir später machen. Okay, ich packe das hier nach unten. Wir brauchen erst, glaube ich, so ein paar Streben. Oh. Also eine Waffe. Ach so, ja, ja. Aber wie machen wir das? Oh, ich bin zu schwer. Warte mal, ich werfe ein bisschen Holz weg eben. Sonst kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich hau hier auch nochmal ein bisschen Kram ab. Mach das. Stroh bekommt man richtig riesig. Das geht nicht. Wo bekommt man Stroh richtig krass? Einfach an den Bäumen? Ja, aber ich habe irgendwas gemacht. Da gab es noch mehr als bei den Bäumen. Weiß nur nicht was. Hier gibt es wahrscheinlich nur... Hast du jetzt eigentlich mal eine Strohwand gelernt? Nee. Alter, Alter. Ich... Oh Gott, was ist denn? Das auflöst. Ja, nee, ein Riesenbaum ist gerade fast auf meinem Kopf. Ich baue die Wand. Ja, mach das. Ich kümmere mich jetzt um das Lagerfeuer. Okay, perfekt. Wand wird gebaut? Ja, ich crafte es. Zack. Lagerfeuer kommt. Okay, sehr gut. Wand kommt auch. Ich komme zurück. Zack. Und dann das Dach. Direkt in die Bude, oder? Ja, komm, das brennt doch bestimmt nicht an. Da, Lagerfeuer. Ach, da geht's. Und jetzt? Inventar öffnen. Inventar abreißen. Nee, Inventar öffnen. Und da jetzt irgendwie Holz rein. Ja, jetzt ist da Holz drin. Okay. Oh, ist so kalt. Feuer anzünden. Da. Wow. Sag mal. Das war aus Versehen. Ja, man, ich habe Steuerung gedrückt. Ich wollte mich eigentlich duken. Oh, C. Ah, ja. Feuer. Und jetzt? Wir sind so ein kongeniales Team, Junge. Was machen wir denn? Soll ich da mal Scheiße reinwerfen? Ja, schmeiß mal was rein. Ja, Scheiße. Wir müssen... Ich brauche dir. Iiiiih, der kleine Kotthaufen brennt da drin. Stimmt. Jeder Kack enthält Stickstoff. Ich habe ihn wieder aufgehoben. Das ist ein super Dünger. Ja, genau. Deswegen würde ich den behalten. Ich werde jetzt nochmal... Wenn du mir Fasern besorgen kannst, kann ich dir einen Speer machen. Und dann gehen wir auf die Jagd, okay? Können wir dich eine Kiste hier hinstellen, damit wir erstmal Platz haben? Okay. Achso, ganz wichtig übrigens. Der Schlinge hat das Ganze hier aufgesetzt. Stimmt. Ein großes, dickes Fett ist Dankeschön an Schlinge. Ja. Oh, es hat aufgenommen. Dabei haben wir auch die Stats verändert. Das heißt, wir bekommen weniger Hunger. Die Dinos sind ein bisschen anders. Einfach, damit wir das besser aufnehmen können. Aber das seht ihr ja dann noch. Genau, weil sonst dauert es irgendwie 20.000 Jahre, bestimmte Sachen zu machen. Ja. Und das sind jetzt wirklich die besten Settings, die man so wählen kann. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich glaube, wir brauchen ein Bett. Äh, nee. Erstmal machen wir jetzt... Okay, Manuel, du beruhigst dich mal ganz kurz. Ja, okay. Also, wir sammeln jetzt erstmal hier zusammen Fasern. Dann? Äh, um dann dir einen Speer zu craften. Ach so, okay. Damit wir dann Dino wegwacken können. Ja. Ah, man muss echt die Hände benutzen scheinbar. Wie, gehe ich wieder zurück auf die Hände? Das frage ich mich gerade auch. Weil irgendwie... Weil ich kann hier nichts aufsammeln. Benutze deine Hände... Ah, nochmal drei. Drück nochmal die Taste auf, der das ist, was du besitzt. Ah, okay. Ja, ja, ja. Hinzu. Oh mein Gott, dreiß dich Fasern. Oh yes. Du musst hier nochmal durchlaufen. Perfekt. Aber lass uns nicht... Oh Gott, ich habe Angst, dass wir in irgendeinen krassen Dino reinlaufen. Nee, nee, nee. Gut, dann machen wir bitte mal einen Speer. Da vorne ist ein krasser Dino. Wo denn? Nach da hinten. Hier vorne. So. Brauchst du eine Axt? Drück mal V. Oh, du hast gekackt. Hey. Der Ness ist kacki. Danke. Ich mache dir jetzt einen Speer. Soll ich dir eine Axt schenken? Ja, dann schenk du mir eine Axt, ich schenke dir einen Speer. Ey. Zack. Ich bin ja noch Almosen, ey. Hä? Das ist ein Tauschhandel. Oh. Wo ist der Speer? Und wie gehen wir uns das jetzt? Ach so, ich habe den zweimal. Dann drücke ich I. Ja, und dann? Dann schmeiße ich den einfach weg. Ach so. Doch, ich kann schon. Ah, fallen lassen. Genau. Zack. Fallen lassen, hier. Ah, ich habe jetzt aber zweimal fallen lassen. Was ist das? Oh, sorry. Oh, ich habe meine Axt wieder aufgehoben. Wir haben unsere... Ja, warte. Dann wirf du erstmal deins. Nee, man muss das ein Item... Nee. Hä? Nee, nee, war richtig. Wie du es gemacht hast. Stapel teilen. Eins abteilen. Ah, man muss einen abteilen und dann fallen lassen. Ah, warte. Ich habe es. Danke. Bitte? Und... Und ich mache jetzt nochmal... Ah, nee, ich kann gerade nichts machen, was wir brauchen. Ich habe Angst, Bär. Ah, wir sind jetzt echt mächtig. Na, wollen wir mal töten? Den greifen wir an. Warte, nein, 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 nein. Guck auf das Level. Alter, Level 36. Der Dodo? Nee. Level 6. Doch, könnten wir. Wir sind Level 5. Nein, oh, guck, der ist doch so süß. Aber wir können ja noch 10, oder? Nee, können wir nicht. Da, der da bestimmt. Komm mit. Der da. Der ist wie zu groß. Nee, nee, nee. Richtig. Oh. Ja, gut. Oh, unsere wunderschöne Butze. Ich, krass, ne? Wie viel wir jetzt schon geschafft haben in unserem Leben? Ich bin wirklich echt mehr als zufrieden. Ja, Level 27, alles klar. Irgendwann finden wir einen. Dahinten war doch so ein aggressiver. Aber okay. Nee, nee, warte, Triceratops. Ich glaube, den können wir töten. Der war doch Level 2, oder? Bist du begrubt? Nee. So, Level 2. Ja, aber der ist doch trotzdem... Der hat doch bestimmt einen Angriffswert von 9. Der hat doch einen Angriffswert von 9.000. Ja, eigentlich schon. Weiß nicht. Wir haben einen Speer, ne? Also, die Leute, die das Spiel kennen, denken sie jetzt auch. Wahrscheinlich ist ein Lappen oder ist super stark. Ach, komm. Oh, ey, ey. Oh, ey, ey. Oh, Gott, oh. Er hat mich ins Wasser geschaut. Er kommt hinterher. Er schwimmt. Er macht erstmal eine Druckwelle und killt uns beide Fass. Er ist hinter mir. Ich helfe dir. Ich steche von hinten ab. Warte. Ah, er hält mich nochmal. Er ist tot. Nee, ist er nicht. Oh, Gott. Lauf. Ich steche ihn so ab von hinten. Ja, mein Speer ist kaputt. Oh, der ist kaputt. Ja, mein auch. Lauf. Oh, nein, lauf. Lauf, lauf, lauf. Zurück. Wie süß, der Speer ist schon kaputt. Oh, der ist Gott. Sammel auf. Ja, habe ich. Oh, Gott, er ist immer noch da. Lass ihn in der Wohnung verstecken. Okay. Wo ist unsere Wohnung? Keine Ahnung, wo lebe ich? Oh, nein. Ich meine, der wird ja voll. Ich muss weg von... Ich kann nicht mehr splitten. Meine Ausdauer, meine Ausdauer. Ich kann nicht mehr splitten. Ich hoffe nicht. Ich kann nicht mehr splitten. Ist er noch da? Er ist immer noch da. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt kann ich wieder sprinten. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin doch schon längst dran vorbei. Wieso kannst du denn wieder sprinten? Keine Ahnung. Benjel. Benjel, wieso verlässt du mich? Nein. Lauf. Benjel, ich lauf doch. Was machst du denn? Oh, endlich bin ich hier los. Oh, Gott. Freiheit. Wieso? Endlich kann ich mir den Kot einverleiben. Alleine. Lauf, bitte. Er geht. Er geht. Ja. Ja, wirklich? Ja, er dreht. Nee, jetzt dreht er wieder zu hier. Er dreht zu mir? Ja. Nee, 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 nee. Nee, er läuft einfach weg. Ich verhungere. Oh, Gott sei Dank. Warte, ich hab Himbeeren und so. Ich schluck mal was. Okay, ich schluck die Beeren. Ist egal, ob das giftig ist. Ich schluck auch ein paar Beeren. Narkobeere. Schwarze Beere macht sich schläfrig. Oh, nee, das ist nicht so gut. Oh, ich hab eine genommen. Ich pumpe nochmal Gesundheit. Ja, ich auch. Alter, was man hier noch alles machen kann. Zündshulver. Narkosemitte. Bluttransfusions-Set, was? Iiiiih. Oh, Gott. Du verhungerst. Findest schnell irgendwas. Ich esse auch einfach alle. Was? Auch die? Ja, dann lass doch ein Bett. Komm. Ja, ich verhungere auch. Ach, ich hab die unten reingetan. Jetzt schluck ich sie. Ja, dann musst du die nehmen. Aber das hält nicht lang. Wollen wir nicht den Dodo essen? Nee, nee, nee. Das ist unser Freund. Okay. Oh, ich kann das essen. Alter, das hat sich ja nur unten rechts so ein Pfützelchen aufgefüllt. Hä? Ich sehe halt gar nichts. Gar keine Veränderung. Ja, du musst halt richtig viele essen. Also wirklich richtig viele. Ich kauf dir jetzt was. Warte, das würde ich freuen. Hast du Stroh für mich? Äh, nee. Hast du Stroh? Ah, doch, bestimmt. Warte. Ja, hab ich. Hast du mehr als 20? Ja. Wofür brauchst du das? 100, was? Ja, ich hab ganz viel. Okay, das wird toll. Oh. Oh. Das ist mir echt ein bisschen unangenehm, ne? Du bist ja nur am Kacken. Ja, ich hab viel Sport gemacht. Und sehr viele Beeren gegessen. Da, hier. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Kommt da auch ein Bett hin? Können wir machen, ja? Ja. Warte. Ich brauche dafür noch... Ja. Leder. Leder? Leder? Du sollst hier Leder bekommen? Ja, keine Ahnung. Soll wir jetzt hier Dodos töten oder was? Warte, ich mach... Zack. Oh, schön. Ja, danke. Vor allen Dingen... Oh. Oh Gott. Unsere Budebewässung. Ja. Ja. Das ist einfach so genial. Ja, knüppeln wir dann einfach... Ja, eigentlich schon, ne? Hast du nicht noch gesagt, der Dodos ist unser Freund? Ja, ich kann, glaube ich, keinen machen. Doch, kannst du. Mir fehlen Fasern. Wir müssen Fasern sammeln. Aber ich glaube, die habe ich. Warte. Warte. Fasern. Wo sind die Fasern? Ihr kennt das nicht. Ich hab Stroh. Oh, nee, war das... Steine. Ist doch von dir. Ich hab Karottensamen. Ich hab 37. Hier, nimm. Ja, okay, perfekt. Da, liegt hier. Danke. Vor mir. Ja, reicht. Easy. Ich mach zwei. Okay, dann mach mal. Der Tag, an dem der Dodo fiel. Tut uns leid, Dodo. Aber wir müssen... Wir müssen pennen. Ich werd schon wahnsinnig. Hör auf deine Hand an, zu gucken. Jetzt gib mir doch mal einen Speer. Hör auf zu... Hey, sorry. Jetzt guckt er wieder seine Hand an. Ja, ich muss... Ich muss eines abteilen. Und dann fallen lassen. Klar. So. Ist wieder aufgehoben, oder? Ah, nee. Hey, liegt da. Danke. Okay. Sehr großzügig von Ihnen. Ran an den Dodo. Aber ich hab gehört, deine Mutter beleidigt. Echt? Ja. Ach, da. Ich seh ihn. Okay. Komm her, Dodo. Komm her, wir haben Hunger. Na? Oh Gott, er ist Level 13. Warum ist hier alles so stark? Schaffen wir einfach. Okay. Okay, drei, zwei, eins. Stechen. Abstechen. Okay. Ja, ist gut. Ja, wir haben ihn. Mein Speer ist kaputt. Aua. Weiterstechen. Nee, ist schon weg. Ist schon weg. Ja, wir haben vier Leder und acht rohes Fleisch. Vier Leder. Komm. Komm zum Lager. Ich hab ja, ich hab keinen Speer, ne? Mein Speer ist wieder zerbrochen. Okay. So eine Billigware von dir. Das ist Top-Qualität. Ne. Also Scheiße. Ah, hier. Sehr gut. So, dann teilen wir. Oh, ich verhungere. Dann kriegst du nämlich das Leder. Ja, und ich guck jetzt. Ja? Feuer löschen. Halten für mehr Option. Inventar öffnen. Halten für mehr Option. Genau. Dann pack ich hier das Fleisch auf. Brennt das da jetzt drauf? Brauchen wir irgendwie einen Grill? Ketze. Ja, eigentlich schon. Warte mal. Ich konnte das da reintun, das rohe Fleischkonsumgut. Aber es sieht nicht so aus als würde. Wie konnte ich? Guck mal. Weil es ist ja nur ein Lagerfeuer. Ne, also ich sehe gerade nichts. Ne, Mörser. Vielleicht müssen wir es roh essen. Ich hoffe, wir müssen einfach noch weiter leveln. Ich esse jetzt hier meine Beeren. Ne, es brät. Es brät. Ja? Geh aufs Feuer und dann nach Inventar öffnen. Ich nehme einen raus. Ich habe kein Fleisch. Ne, ne, ne. Du kannst hier aufs Feuer drücken. Achso, jo, jo, ich sehe es. Ich sehe es. Da müsste gleich... Ich habe aus Versehen... Oh Gott. Oh. Ich höre eine Dino oder so. Ich mache hier. Ich stapel teilen, halbieren und dann fallen lassen. Achso, fertig. Ich habe eins fallen lassen. Hier. Oh, lecker. Warte. Ja, das füllt das auf jeden Fall richtig gut aus. Das ist... Oh, ich glaube, das ist... Ja, das ist lecker. Ja, nice one. So, Leute. Das war es mit der heutigen Folge von Ark. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von Ark mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm. Übermorgen dann bei mir. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Babysik. ... Vielen Dank.